jaha willkommen zurück zu battlefield 4 die wirklich die letzten tage wo wir darauf gewartet haben kamen für mich unendlich also sind mir ziemlich lange vorgekommen aber es lohnt sich auf jeden fall also es spielt sich schön kann man sagen ich wirklich nicht angezockt den wollte ich dann mit euch zocken deshalb muss ich noch ein bisschen warten wieder keine muni was geht ab ich gehe mal hinter und hol mir neue muni ihr schafft das bestimmt ja wenn die folge hochgeladen ist also die erste ich bin immer noch beim aufladen von der ersten folge es ist ziemlich crazy dann auf jeden fall gibt es an multiplayer folgen die aber ich weiß nicht mal erscheinen werden aber kommt alles doch keine sorge kommt alles doch das ist auch noch da ganz normal ja und super wir sterben schon wieder was ist das für eine kacke nicht cool gar nicht cool überhaupt nicht cool richtig scheiße oder so das finde ich richtig nice gemacht mit diesen boxen weil ich selbst die waffen holen kann gut gelöst das ganze da hat und unendlich muni aber hey hiolo was wieviel schluckt er wieso stirbt er nicht leute leute das kann mir keiner erzählen warum er jetzt nicht gestorben ist ja in der lkw ich habe keine worte mehr dafür jedenfalls wir sind immer noch mit henna unterwegs mit der mit dem vip kann man sagen sehr gut geht doch mal drauf jetzt sehr schön ja lol da ist ein fucky anti er sehr schön laufen jetzt mal außen rum aus der hüfte gesprayt und wieder kopftreffer wie ich schon erwähnt habe die hitbox ist echt cool gemacht leck mir fett alter wieso wieso duckt er sich jetzt nicht alter mir kommt es wirklich manchmal so vor als ob wir immer noch in der beta wären er duckt nicht er schießt nicht er trifft nicht ist doch scheiße ist doch kacke ist es und du baller mal auf die anti er du spaßt alter geht doch geht doch das ist noch eine anti er ich bin ja auch nur am nachladen sehr schön nein du hast immer noch nicht getroffen digga was los mit deinem leben hmmm husten ich habe jetzt auch überhaupt gar nicht getroffen gott weiß warum leck mich doch alter halt die fresse alter der war da und das kannst du mir nicht erzählen schlucken wir die noten aber nichts einstecken nein das war jetzt irgendwie falsch ich habe gemeint schlucken wir die noten und mich übertreffen los angriff sehr schön das ist doch eine anti er so weg mit dir scheiß panzer baller doch mal drauf jetzt auf die kacke geht doch da muss man aber auch geduld haben sieben prozent nein nee äh äh ich habe keine muni mehr wieso nimmt er nicht automatisch die munition auf und wie in diversen anderen teilen versteht sich super wieder keine muni ja ja was geht denn hier ab geile brücke die schießen die schießen so die schießen die schießen die schießen die schießen Jetzt schön zurück. Ah, da ist eine Moonbox. Wieso habe ich die nicht gesehen? Ah, die ist hier. Nein. Nicht wieder in EMP. Nicht schon wieder in EMP. Den Panzer? Ja, geil. Hm, tut mir leid, aber... Schweres MG auf der 2. Okay. Na, voll daneben gezielt. Sehr schön. Hier, komm. Lol, da war gerade ein Panzer. Gib ihm. Super, ey. Wieder daneben. Sehr schön. Erstmal weg mit euch. Zackste. Dann abtucht die Tiefgarage. Nein. Was für ein Kontrollraum schon wieder. So, wieder Null-Aim. So, wieder Null-Aim. Hast du sie gefunden, Racker? Ihr müsst ja in der Art Kontrollraum sein. Wo denn? Ja, dann können wir von hier verschwinden. Äh, 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 äh. Er sagt ja, aber ich weiß nicht wo. Achso, der da. Geiler Kontrollraum, alter. Ohne Scheiß. Los jetzt, verschwinden wir. Ja, geht doch. Aber wir sind ja auch schon ein bisschen ordentlich gedamaged. Wo sind hier denn bitte schon Feinde? Ich seh keine, doch, da oben. Hä? Lol. Ich will. Achso. Ja, ich bin grad ein bisschen... ...sehr verpeilt. Wehste, was? Sind wir nicht so vom Einfach-Rein? Hust, hust. So, dann ab durch die Wiese. Ey, das Wetter ist hier ein bisschen... ...scheiße. Panzer-Battle. Los, 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 schieß doch. Bam. Das ist echt erstaunlich, viel. Nein. Kaum gesagt, schon gehen wir drauf. Das ist doch so typisch. Das ist doch so typisch. Wir sind jetzt noch ein paar, ja. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Wir sind, ich bin, ich bin, ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020